Der Letzte ist da im Nebenraum und rennt jetzt rein, es ist Bandit. Den müssen wir uns jetzt einfach gönnen. Da sind wir uns selbst sch... Junge! Ich hätte es noch tebacken müssen, es hat einfach dir teback gefehlt. Niklas, 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 hab ich jetzt gerade wieder meinen ersten Platz in Oma? Nee, ich war schade. Jetzt kannst du Teamvorstellungen Julian machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.